Ja, herzlichen Dank. Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und heute mit uns über die Situation in Libyen zu diskutieren. In Deutschland wird ja gerade sehr viel darüber diskutiert, über die Hilfe, über die Hilfsbereitschaft, über die Zivilgesellschaft, die angesichts der vielen Flüchtlinge, ich spreche immer lieber von Vertriebenen, um nochmal den Gewaltakt deutlich zu machen, das ist eigentlich gerade eine der großen Diskussionen. Wir heute Abend wollen aber einen Perspektivwechsel vornehmen. Wir wollen heute Abend über etwas sprechen, was in der allgemeinen Diskussion bislang zumindest noch weitgehend fehlt, nämlich wir wollen uns informieren über die Fluchtursachen. Sie wissen, eine der zentralen Routen für Vertriebene läuft über Libyen, über das Mittelmeer nach Europa. Allein in diesem Jahr sind je nach Quelle zwischen 2600 und 3000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Allein das ist schon sehr, sehr alarmierend, das wissen wir. Aber heute Abend geht es eben nochmal darum zu gucken, was ist eigentlich die Situation in Libyen selbst, also dem Ort, von dem sehr, sehr viele Vertriebene aus der Sub-Sahara und aus Syrien, aber vor allem aus der Sub-Sahara eben starten, in der Hoffnung doch noch ihr Leben retten zu können. Ich freue mich sehr über die Gäste, Magdalena Mugrabi-Talmari von Amnesty International. Sie ist Libyen-Expertin, ist seit 2011, also seit der Intervention mit Libyen befasst, war damals zunächst mit dem Roten Kreuz dort und ist heute verantwortlich für sämtliche Publikationen, die Libyen betreffen, die eben von Amnesty publiziert werden. Und sie ist auch die Autorin von einem Bericht, der eben auch dieser Veranstaltung den Titel gegeben hat, Libyen is full of cruelty. Hier geht es eben um die Situation von Migranten und Vertriebenen. Davon wird sie uns berichten. Sie hat sehr viele, nämlich 70 Interviews geführt für diesen Bericht mit Leuten, die zum Teil in Libyen inhaftiert sind oder eben das dann auch in verschiedenen, wie sagt man, Ankommen, also die es dann eben nach Italien geschafft haben. Davon werden wir erfahren. Ganz außen möchte ich Ihnen Mirko Kallberg vorschlagen, vorstellen, er ist freier Journalist für den Spiegel und auch für die Taz. Auch er arbeitet seit 2011 intensiv zu Libyen. Er lebt dort auch noch weitestgehend. Also seit 2011 ist Mirko Kallberg nach Libyen-Tripoli gezogen und lebt dort bis heute mit einigen Unterbrechungen. Manchmal ist er auch noch in Tunis. Was wichtig ist oder wofür Mirko Kallberg auch in der Taz immer wieder sehr geworben hat, ist, dass die Europäische Union nicht vergisst, nach der Intervention, nach der militärischen Intervention, sich auch mit dem State Building zu befassen, also zu helfen, Institutionen aufzubauen, die das Land stabilisieren, was natürlich dann auch eine Auswirkung für die Situation von Migranten und Flüchtlingen im Land selber hat. Wir werden davon heute noch mehr erfahren. Auch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass morgen Abend auf Arte eine Dokumentation gezeigt wird, an der unter anderem Mirko Kallberg mitgewirkt hat. Sie heißt Flucht nach Europa. Warum jetzt? Und darum wird es unter anderem auch um Libyen gehen. So, soweit die Kurzvorstellung zu unseren Gästen. Wir möchten anfangen mit einer, einfach mit der Beschreibung der Situation vor Ort, mit einem quasi visuellen Einstieg. Das hat Mirko vorbereitet. Und Mirko, ich möchte dich jetzt einfach bitten, uns zu zeigen, wie die Situation vor Ort im Moment für Flüchtlinge und Migranten aussieht. Vielen Dank. Das Mikrofon funktioniert? Ja. Ja, leider musste ich mich begrenzen auf ungefähr 18 Bilder. Ich habe noch zwei mit reingeschmuggelt. Eigentlich wollte ich natürlich sehr viel mehr zeigen. Denn viele dieser Bilder haben es natürlich nicht in Zeitungen geschafft und in Publikationen. Libyen ist eines von vielen Krisengebieten zurzeit auf der Welt. Und deswegen wurde es nach den erfolgreichen Wahlen 2012 und nachdem es wirklich nach einer erfolgreichen Transition zur Demokratie aussah, ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich kam 2011, wie so viele Journalisten, mit der Revolution. Und wir alle hatten relativ schnell festgestellt, dass wir nicht so viel über das Land wussten. Und dass auch die Libyen über das Land nicht so viel wussten. Denn man konnte zwar sich relativ unproblematisch bewegen in Libyen, aber trotzdem ist diese Gesellschaft eigentlich in diesen einzelnen Regionen geblieben. Man hat in seiner Heimatstadt gelebt und hat eigentlich über die Regionen Fesan, zum Beispiel in der Sahara, ein Bild aus dieser Region sehen wir gerade. Und aus den jeweils anderen Gebieten, Ost oder West, nicht viel erfahren. Aber dazu später mehr. Ich habe einfach mal ein paar Bilder zusammengestellt, die uns ein wenig von der Sahara ans Mittelmeer führen. Von der Sahara hören wir relativ wenig. Dabei kommen in dieser trockensten Wüste der Welt fast genauso viele Menschen ums Leben wie im Mittelmeer. Genaue Zahlen gibt es nicht. Ich kann auch nur meine Informationen zusammenstellen und mir daraus ein Bild machen. Ich war mehrmals im südlichen Fesan. Und dies ist ein Bild in der Nähe der negrischen Grenze. Zeigt ein Checkpoint der Um el Araneb Miliz. Das sind Tobu. Tobu sind wie die Touareg, die Ureinwohner der Sahara. Und leben halt genau in diesem Grenzgebiet. Die Tobu sind damals gegen Gaddafi, gegen Muammar Gaddafi, der ja 42 Jahre in Libyen herrschte, aufgestanden. Und wie die jungen Männer so sagten, eigentlich um für einen Rechtsstaat zu kämpfen. Und hatten geglaubt, dass sie nach einem halben Jahr vielleicht wieder ins zivile Leben zurückkehren können. Und jetzt stehen sie noch immer dort. Vier, fünf Jahre später, bald fünf Jahre später. Und an diesem Checkpoint gibt es junge Leute, die einfach diesen ganzen Verkehr, der aus dem Niger kommt, auf der sehr gut geteerten Straße im Übrigen, die durch dieses Mad Max-Szenario führt. Und durch die man bis zur Grenze, exakt bis zur Grenze, sehr schnell fahren kann. An dieser Straße kontrollieren sie den Verkehr. Und natürlich, wie er vier Jahre nicht bezahlt wird und kein Sollt bekommen und kein Dankeschön, der fängt natürlich an, selbst das zu machen, wofür andere früher kritisiert hat. Also man nimmt Wegezoll und genauso darum ging es in diesem Moment, für welchen Preis dieser Lastwagen weiterfahren soll. Ich zeige die Bilder jetzt nicht, um alles genau zu erklären, einfach nur ein paar Eindrücke zu vermitteln. Das ist die gleiche Einheit, die wir besucht haben. Das ist der Anführer dieser Truppe von Studenten im Prinzip, aus der Stadt Mosuk und aus Gatrun, die damals, wie gesagt, aufgestanden sind, um in ihrem Gebiet Rechte und Ordnung zu schaffen und jetzt als eine der letzten Milizen eigentlich das immer noch versuchen. Die haben damals, dieses Bild ist entstanden, 2013, Drogen gefunden. Regelmäßig kommen Drogen aus der West-Sahara bis nach Ost-Libyen und von dort, von Tobruk dann, das ist zumindest die alte Drogenquote, nach Italien. Und zu diesem Bild möchte ich ganz kurz inhaltlich was sagen, denn die Sahara, dieses Gebiet, was aus europäischer Sicht Millionen Kilometer entfernt scheint, ist eigentlich das Gebiet, was uns viel mehr interessieren sollte als Afghanistan und als Pakistan vielleicht, über das wir viel mehr sprechen. Denn noch zu römischen Zeiten reichte das Römische Reich bis dort und das ist ein Handelsgebiet, das nach Afrika reinführt. Und nachdem die Europäische Union ihre Grenzen geschlossen hatte, Mitte der 90er Jahre, haben Drogenkartelle aus Südamerika, diese Route von West-Afrika an der libyschen und algerischen Grenze vorbei, für sich entwickelt, um Drogen über diese Route nach Europa zu bringen. Die Auswirkungen sehen wir jetzt, Schmuggel von Menschen, von Waffen und ein rechtsloses Gebiet, das die Größe von Südeuropa hat. Kontrolliert wird es von solchen Milizen, Jugendlichen, die zu Milizen wurden, die zu Staatlichkeit wurden, zumindest das die Staatlichkeit, die man in Libyen sieht. Letztendlich können diese jungen Männer machen, was sie wollen. Das Beeindruckende bei dieser Miliz war, dass sie sich mit den Ältesten in der Stadt Mosok abgesprochen haben und ein ganz klares Reglement gefunden haben, wie sie denn die Vorbeireisenden kontrollieren. Das war, glaube ich, die einzige Miliz in der Zeit, die so ein Reglement gefunden hat. Fast alle anderen und mittlerweile auch diese Jungs sind im Prinzip selbstsanderte Polizisten, die natürlich von den Migranten sehr viel Wegezoll nehmen. In der Stadt Zeppa sehen wir ein ganz typisches Bild. Junge Migranten, die an der Straße stehen, Arbeitssuchende aus Westafrika, die an den Gegenständen, die sie in der Hand haben, erkennen lassen, für welchen Job sie sich bewerben. 20 Euro am Tag könnte man damals verdienen, 2014. In diesem Jahr ist es ein bisschen weniger geworden. Und so bezahlt man die Weiterfahrt nach Nordlibyen. Das ist Tripolis, eine recht moderne Innenstadt. Libyen ist erstaunlicherweise während eines Wirtschaftsaufschwungs in die Revolution gegangen. Zwar standen schon Anfang 2011 viele Kräne still, aufgrund eines fehlenden Budgets, aber trotzdem darf man nicht vergessen, ist Libyen das erdölreichste Land Afrikas. Und ja, auch dieses Bild sieht man relativ selten, dass Tripolis in den letzten 20 Jahren zu einer modernen Stadt geworden ist. Dieses Bild zeigt, wie schwierig die Mission sein wird, die sich die Europäische Union oder der sich die Europäische Union verschrieben hat mit Beginn der Woche. 2200 Kilometer Küste. Weite Strecken davon sehen so aus. Viele Strandhütten. In diesen Strandhütten bei der Stadt Suwara sieht man hinten rechts im Bild verstecken die Menschenschmuggler die Leute, die sich an sie gewandt haben, um über das Mittelmeer zu fahren. Und nach ein, zwei Tagen bis einer Woche, die man sich dort auffällt, geht es dann halt los. Nach Lampedusa. Hängt von der Bootsgröße ab, wie lange es dauert, aber in einem Tag kann man es schaffen. Dies zeigt ein aufgebrachtes Boot der libyschen Küstenwacht in Misrata. Es waren drei Schlauchboote mit jeweils 100 Leuten, die auf diesem Schlepper dann zurückgeholt wurden. Diese Boote sind diejenigen, die meistens verwendet werden zurzeit. 110 Leute fahren damit oder werden draufgeladen. 1000 Euro im Durchschnitt kostet die Fahrt pro Person. Wer eine Schwimmweste haben möchte, wer etwas sicherer fahren möchte, zahlt mehr. Man sieht, Verzeihung, man sieht, hier wurde das Boot ein bisschen verstärkt, kostet ungefähr 1400 Euro. Hinten dran zwei Außenborder zu, wurde mir gesagt, 1800 Euro je Außenborder. Nehmen wir mal an, mit ein paar Geldern, die die Schmuggler zahlen müssen, kommt man hier auf eine Summe von 6000 Euro ungefähr, da man ja in Masse diese Boote aus China bestellt und damit werden 110 Leute transportiert, die rund 1000 Euro zahlen. Die Ticketpreise hängen ab von der Wetterlage und von der Verfügbarkeit der Boote, aber daran kann man sehen, was für ein Geschäft Menschenschmuggel geworden ist. Frauen aus Eritrea, die auf einem dieser Boote waren und nun in einer Schule Al-Karim in einem Vorort von Misrata festgehalten wurden. Aus Eritrea kommen sehr viele Frauen, anders als aus Westafrika, weil sie sich dem Wehrdienst entziehen möchten, der in Eritrea auch herrscht. Das ist ein Nebenraum, ungefähr 120 Leute in einem Klassenraum, ganz normaler Klassenraum wie in Deutschland die Größe, zwei Waschbecken und zwei Toiletten gab es in dieser Schule, in der insgesamt 1200 Leute, 1100 bis 1200 Leute untergebracht wurden, als wir dort waren. Kurzer Eindruck von einer Miliz, in diesem Fall in Kufra, dem Südosten Libyens, direkt an der sudanesischen Grenze. Ein Gebiet, in das sich im Moment der IS langsam vorkämpft oder versucht, den Einfluss dort zu sichern. Und es gibt zwei Routen. Viele werden eben an solchen Milizen bewacht. Diese ist gut ausgerüstet, kommt aus Benghazi und die andere haben wir gerade gesehen, wie so eine Studententruppe. Das sind so die anderen, die man zu Gesicht bekommt, wenn man dort reist. Ich möchte kurz auch den libyschen roten Halbmond kurz auch noch erwähnen. Der versucht, wirklich sehr aufopferungsvoll in Tripolis die Arbeit zu machen, aber eigentlich noch keine große Unterstützung bekommen hat. Das ist die Chefin. Und einfach nochmal ein Eindruck von den jungen Männern, die von diesem Boot geholt wurden, was wir gerade gesehen haben. Sie waren schon ungefähr zehn Kilometer vor der libyschen Küste und wehnten sich in Sicherheit. Man darf hier nicht vergessen, dass viele Leute ja die meisten, egal unter welchen Bedingungen, sich über das Mittelmeer aufmachen. Und in diesem Fall waren sie enttäuscht, traurig, sauer, dass die Libyer sie zurückgeholt hatten. Aber dazu erzähle ich nachher noch mehr. Und im Schatten dieses ganzen Chaos ist eben auch noch Folgendes passiert, dass, wie hier in Benghazi, man sieht, das ist rechts Anza-Sharia-Milizen, die in die Stadt gehen und der Bevölkerung sagen wollten, dass sie jetzt hier das Sagen haben. Das Bild stand aus 2012 und ich habe es deswegen mit reingenommen, weil es für mich so symbolisch ist. 2012 hatten die Wahlen stattgefunden, man hat sehr positiv in die Zukunft geschaut, hat weggeguckt, was aus Libyen wird. Aus dieser Situation, aus islamistischen Milizen, die versuchen, die Macht zu übernehmen, ist letztendlich der islamische Staat geworden. Und da müssen wir uns fragen, warum wir eigentlich so lange weggeschaut haben. Dies ist das Shusha-Camp in Tunesien an der libyschen Grenze. dort leben noch 60 Flüchtlinge, die ehemals vom UNHCR aus Libyen evakuiert wurden. Weil es in Tunesien kein Asylgesetz gibt, sind sie recht und staatenlos. Man hat ihnen den Reisepass abgenommen und dazu kommen wir später noch. Wir, der Westen, haben es nicht geschafft, diese 60 Leute in ein Asylverfahren zu bringen oder nach Europa zu holen. Sie weigern sich, übers Mittelmeer zu fahren, weil sie nicht ihr Leben aufs Spiel setzen möchten, wie die meisten Leute aus Shusha. Und die Lehre aus ihrem Verhalten ist, schön blöd, wer es nicht übers Mittelmeer probiert, weil die sind seit 2011 und warten auf eine Antwort der tunesischen Regierung oder der Europäischen Union. Coni Iken aus Lagos kommt aus schwierigen Familienverhältnissen und traf einen der bekannten Boger-Männer. Die Boger-Männer ist ein Netzwerk aus Expats, aus Gastarbeitern in den afrikanischen Ländern und jemand hat dir gesagt, du findest eh keinen Job in Nigeria, ich kenne eine Familie in Italien, die suchen Haushaltshilfen, ich zahle dir die Fahrt, kostet 30.000 Euro insgesamt und du hast dann die Chance, uns diese 30.000 Euro in den nächsten Jahren abzubezahlen. Auch das ist eine Realität, dass dort richtige Mensch-Schlepper-Netzwerke die Leute aus Westafrika nach Europa holen. Fischer im Hafen von Tunesien, von Tebulba in Tunesien haben ihre Existenzgrundlage verloren, weil vor allem italienische große Industrieflotten vor der tunesischen Küste illegal fischen. Mit traditionellen Fangmethoden hat man keine Existenzgrundlage mehr und daher verdient man Geld mit Menschenschmuggel. Das ist das letzte Bild. Die Grenze Europas zu Afrika, würde ich das mal nennen, so haben wir das wahrgenommen, mitten in der Sahara und letztendlich ist in all diesen Reisen mir klar geworden, wer es an diesem Checkpoint geschafft hat, direkt an der nigrisch-libyschen Grenze, der ist praktisch in Europa, weil die Milizen und alle anderen Leute versuchen in Libyen mit Migration Geld zu verdienen und man schafft es dann letztendlich auch, zumindest auf die Boote nach Europa. Europa und das ist meine These als Abschlussbild, diese ist unsere Grenze mit Afrika. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Mirko. Die Bilder, also auch ganz herzlichen Dank für die ersten Einblicke in dieses Land. Wir haben jetzt ja dort lauter Migranten, Flüchtlinge gesehen, die sich sozusagen frei bewegen können. Magda hat andere Orte aufgesucht, hat auch Bilder mitgebracht, sie ist nämlich in die sogenannten Detention Camps gegangen, hat mit Menschen gesprochen, die dort inhaftiert werden und die auch Folter ausgesetzt sind, ohne dass sie in irgendeiner Weise eine Strafverfolgung befürchten müssen und davon berichtet uns jetzt Magda. Hallo? Es funktioniert? Okay. Forgive me, I'll be speaking English. My German didn't much develop after high school, so I hope you'll understand me. Last year in 2014, around 170,000 migrants and refugees arrived in Europe via the Mediterranean. Around 140,000 of those came into Italy. Most of them, the great majority, with some exceptions coming from Egypt, but the vast majority actually came from Libya. The reasons, you know, obviously in Europe there is the perception that everybody wants to come to Europe in order to get jobs, in order to claim asylum, and that's definitely true, that people do want to come and claim asylum, but these are all economic migrants, and basically we should just try to improve the situation where they're from and try to keep the borders safe and the people out. Now, as Amnesty International, last year and this year we went to Sicily and to Tunisia as well in order to interview those that had made it on the boats paying large sums to smugglers that had made it to Italy or those that hadn't made it and that found themselves in Tunisia because their boats had capsized and were rescued by the Tunisian Coast Guards in order to get their perspectives on why they had left. And we had documented widespread and systematic human rights abuses, in some cases as well violations that were perpetrated in the context of the ongoing armed conflicts. One has to remember that obviously Libya at the moment is engulfed in several armed conflicts, not just one, but several interconnected conflicts that are extremely complex and multifaceted. And basically we're also building on our work that we had done in detention centres, visiting detention centres in Libya between 2011 and up until 2014 where we documented widespread if not systematic torture and other ill treatment, in some cases also sexual violence mainly against women. Now the briefing that we issued, the short report that we issued in May this year was called Libya is full of cruelty. these were not the words that we had chosen, these were the words that a Nigerian migrant that I had interviewed in Tunisia had told me. And in order to give you a bit of a sense of what he had faced and why he had said that Libya was so cruel is because when fighting erupted last year in Tripoli he had fled the indiscriminate shelling and one needs to understand if you've seen the photos that Mirko has shown where the fighting in Libya usually takes place between pickup trucks on which there are mounted anti-aircraft machine guns. it usually is indiscriminate takes place in urban areas exposing to great risk the lives of civilians so he had fled like many others the fighting in Tripoli had gone to another town called Zuara and instead of finding safety he had found more and more abuse which was abduction for ransom which was torture where he was subjected to electric shocks where he was beaten on with a stick and then he was eventually able to escape and then he faced more violence and more abuse by criminal gangs that had assaulted him on account of his religion because he was a Christian migrant this is just one story but these stories come out in every single interview so basically as you've seen from Mirko's photos you have the abuse really starts at the southern borders of Libya even before people get to the north and to the Mediterranean there are different smuggling routes and migrant routes there are the ones that come from West Africa that go via Niger there are also the ones that go from East Africa where people are fleeing from the Horn of Africa from Eritrea from Ethiopia Sudan and then they go through the east and then they rejoin towards the west because most of the boat departures actually leave from the northwest of Libya and along those smuggling routes you do have a combination what happens is first of all many people die of dehydration on the road because they travel on these trucks those trucks break down at times they are left without sufficient water everybody keeps on saying how difficult the Sahara desert is how they're fighting for their lives once they get to in some cases in the desert and this is where the first abuse starts as well is when smugglers decide to stop in the middle of nowhere because they do know the area and they know that nobody will escape because people effectively have nowhere to go and they're at their mercy in terms of food and directions and water and this is when they force them to call their families in order to extort money and to extort or ransom from the family that is then they ask for it to be paid usually into accounts somewhere abroad through Western Union I mean in some cases you do have transnational gangs and networks that are working hand-in-hand together we've also documented cases where women were subjected to rape or were asked for sexual favors so they said okay you don't have money well then you know they were asked for sexual favors and sexually abused in order to be allowed to continue that journey up north that so women that are traveling alone or in small groups where the men are perceived not to be strong enough are the ones that are most vulnerable to abuse then usually what happens is that the smugglers bring people and this is when we come into the situation of human trafficking once the smugglers get into an area a hub such as Sabha in the southwest which is a major transit hub and is one of the main migration routes they then hand over so they traffic these people they hand them over into other criminal gangs and militias or armed groups which then detain them in you know unfinished houses sort of partly finished houses that are located on the outskirts of the city where people in some cases have been held for as long as three to four months where they were again beaten where they were whipped where they were subjected to electric shocks all in order to force them to call their families and to extort more money and a ransom from their families again to be then wired in many cases these are as well transnational groups so the people that eventually leave is because okay well the militia or the group or the gang that holds them no longer you know wants to hold them release them or usually people escape or they manage to pay the ransom in many cases those that are unable to pay are then forced to work for those groups in order to work their way out of the detention and of the abuse situation and slowly they do make their way up north now what happens is that people try to make a living in order to save enough money some people come to Libya in order to have just a job and in a lot of cases that we've seen the departures from last year and this year it was also established migrant and refugee communities that had been in Libya for three four in some cases even 15 years that started to leave because the situation has descended into so much chaos but in other cases there are still people that have come in order to work there because there is always work Libya has always been very much dependent on migrants for its work especially in the garbage collection the construction sector agriculture sector so in any case people end up staying for whatever reason usually it's to make it up north and then they continue to face again abuses where they're not paid for the work that they have done where they are threatened at gunpoint by their employers and then where they eventually are detained as well because they are undocumented migrants or refugees they do not have proper documentation because of course in Libya irregular entry and exit from the country is illegal and therefore people are intercepted and then detained back in the day between 2011 and 2014 during the 2011 conflict when the Gaddafi regime totally collapsed it was militias that started detaining people systematically and the government tried to take over these detention centers and last year still by mid last year we had 19 immigration detention centers where people were held indefinitely now since then a lot of those detention centers are not operational or they are taken over by militias that are party to the conflict and again in these detention centers people continue to face abuses in some cases those that are trying to make it to Europe are intercepted as well by the Libyan Coast Guard and then again once they're intercepted because they're still in Libyan territorial waters they are not set free as they should be especially in the case of asylum seekers and recognized refugees but they are placed again in such immigration detention centers where they do face torture and other ill treatment I'm just going to very quickly show some of the photos in order to kind of illustrate what is it that I'm talking about these photos date back to 2013 and 2014 so I don't have the new photos of the new detention centers but our contacts are telling us including from humanitarian agencies that the situation has far deteriorated because of the conflict and many of those detention centers are completely under resourced this is a detention center that I had visited towards the end of 2013 in Sabha it was a room where most of the people were held in the sun because they had health problems so instead of being treated they were exposed to the sun to deal with their chest infections as well as with scabies and in a lot of these prisons I mean pretty much everybody has scabies because there's absolutely no hygiene products people don't get clothes sometimes they're not able to shower for a month two months three you know for a long long time in the back if you look there are these bottles and these bottles are basically filled with these men's urine because they were not able they didn't have regular access to washing and sanitation facility this was one of the rooms where these people were staying without access to fresh air without access to ventilation and you have to imagine the temperatures in Libya especially in the south in Sabha we're talking about you know temperatures that are over 40 degrees these are the marks of torture on an Eritrean asylum seeker who had been held there for several months it is in this detention center pretty much the torture was systematic so people were being whipped and beaten with sticks mainly during food distribution something yeah which was very common here is here is another person if you can see as well there are the marks of the torture this man these are torture marks from shackles this man had been basically he protested his conditions and he protested the fact that he had been held for months he's from Nigeria and that he wanted to be deported this was a situation where still humanitarian organizations were working in Libya before they had pulled out last year it was a situation where you still had the Nigerian embassy that was working there IOM and others now of course they've scaled down their operations and he had protested because he just wanted to be deported back to Nigeria because of his protest he was beaten with a rifle butt into the back of his back which led to his spine being broken instead of being given any help when I met him and I didn't bring the photos because they were a bit too graphic to show so he was just laying down on his stomach with his you know with a massive wand on his back and when I intervened in his case with the detaining authorities asking why this man is not being transferred to a hospital well I was just told because the hospital won't accept him and so he was spread when he was abused he was spread in this put in a sort of eagle spread eagle position and these are the marks of shackles another detention center this one was in Homs on the north coast of Libya this was a detention center that at the time was being managed by a militia where the militia was refusing to hand it over to the government and here these are basically the sort of hangars in which you know you can discern behind the bars the sort of the silhouettes of the migrants and refugees that were being held there I had taken photos as well you wouldn't be able to see what it is but there were marks of bullet holes inside these hangars in the ceiling the rooftop and as well on the floor whereby you know basically the guards had come in and opened live munition against these people in order to punish them because they were for whatever reason had happened also there especially Christian migrants and refugees were being abused more so so Ethiopians that had the Coptic cross tattooed on their bodies were facing more abuse because of their religion this also happened with Nigerian women who were being also abused during prayer especially and after the prayer of course none of these detention centers have female guards they're all guarded only by males that are not trained police officers they're just a bunch of militias militiaman that happened to be in charge and so the Nigerian women were telling us that they were being also subjected to invasive body searches following and beaten following as well their prayers or whenever they were accused of smuggling a phone we also had documented cases of sexual violence and allegations of rape that had taken place in some of these detention centers of course without the presence of any female guards I think that these are all of my photos so maybe I'll stop here Magda thank you so much for no 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 not yet we're going to open the discussion after our presentation here so please be a little bit patient okay so Magda thank you so much one question comes into my mind why I mean I do understand from a cynical perspective the kidnapping in order to get the money but why the detention what is the logic behind it well of course as you know as I said there was there's obviously the law that criminalizes irregular entry and exits so basically before when there was a functioning state the security forces were detaining people systematically in order to yes prevent them from leaving or because they had entered irregularly now one of the reasons why that is so is as well is because you know it's also a remnant of the ill ill policies that had been formed during the kadhafi years where on the one hand the kadhafi government was welcoming migrants and refugees was open to sub-saharan africans in order to because there was so many so much manpower needed in order to fill the needs in in all of the sectors that I talked about but on the other hand they were also using the the migrants and refugees sort of as a bargaining chip against Europe or as a weapon you know if you do not give us more concessions then we will we will sort of open up our borders our our sea and then we will send them all to you into Europe and Europe will be flooded so obviously there were cooperation agreements as well that had taken place you know for instance between Italy and Libya in order to stem and curb migration and there was also this this insistence upon upon detention but obviously it's something that is criminalized now what happens at the moment is is that with the rise of lawlessness and chaos in Libya Libya is obviously going under through a very difficult situation at the moment with its own conflicts with widespread human rights abuses and and violations including war crimes that are taking place Libyans themselves are displaced and are caught up in this whole violence of course also my you know people are blaming sub-saharan africans especially as as the scapegoat of all of the ills of Libyan society so there is long term you know there is the Libyan authorities have failed as well to combat xenophobia and racism a lot of people that are militiamen that we had interviewed told us that the reason why they detain people it's because it's because of the love of their nation is because to protect Libya from illness from illnesses from the spread of illnesses and criminality but of course that does not that contradicts some of the policies that had been taken place earlier on is there any miracle maybe you know can tell us anything about it is there any counter narrative are there any protests in the civil society in Libya saying okay now we are we don't agree with this kind of endemic torture or ill treating of foreigners die behandlung der migranten der flüchtlinge war nicht immer so schlimm wie jetzt hat natürlich auch damit zu tun dass die wirtschaft nach dem zusammenbruch der ölförderung im keller ist beziehungsweise man darf nicht vergessen dass 70 prozent geschätzte 70 prozent der libyer vom staat direkt leben wir alle haben vergessen dass es eigentlich eine sozialistische volksrepublik war oder republik des volkes in dem fast das gesamte die gesamte produktivität vom staat abhängen es gibt kaum jemanden der handwerker ist alle friseure alle bäcker alle handwerklichen tätigkeiten werden von ausländern ausgeführt also marokkaner tunesier ägypter auf allen baustellen immer schon haben ausländer gearbeitet muss man einfach im hintergrund haben im hinterkopf haben dass das in libyen arbeitsplätze gebraucht werden und jetzt mit dem niedergang der wirtschaft haben militionäre die jungen leute die wir gesehen haben die migration als wirtschaftsfaktor entdeckt für sich entdeckt an jedem check point gibt genaue summen im übrigen trifft das genauso auf den niger zu es trifft genauso auf die weiter nördliche strecke zu und natürlich gibt es eine menge ärger wenn die gemeinschaft in diesem dorf das ich vorhin erklärte oder erzählt darüber erzählte mosug es bekannt wird dass dort leute eingesperrt werden das findet keiner gut und keiner möchte dass ein ort wie suara an der mittelmeerküste dass das symbolisch für schmuggel steht man denkt sich dann gegen narrativen aus und sagt naja wir müssen damit geld verdienen weil wir eine minderheit sind letztendlich ist das unsere einzige möglichkeit zu schmuggeln aber so richtig wohl fühlt sich damit niemand und deswegen schmuggeln und deswegen legen die boote auch nicht in tripolis ab am tage sondern heimlich man sieht von dieser migration in libyen nichts man sieht nicht am tage irgendwo 400 leute stehlen die abgeholt werden und es wird nicht in der öffentlichkeit gemacht es gibt sehr viel zivilgesellschaft es gibt zum beispiel in der nähe von sabrata ein professor dessen initiative i'm human ich bin ja ich bin weiterhin menschlich ich bin ein mensch mit dem mit der spricht mit milizen und versucht mit eine menge anderer freiwilliger mit den jungen männern zu sprechen und sie dazu zu bringen ja die leute einfach besser zu behandeln aber du hattest von autorität gesprochen es gibt keine autorität ich möchte es noch mal noch mal klar machen es gibt in libyen keine polizei keine armee kein staat keine regierung und daher gibt es auch nicht die hoffnung dass mit der einheitsregierung die jetzt vor der tür steht irgendjemand einen telefonhörer nimmt und sagt so ab heute wird in den gefängnissen für migranten eine bessere behandlung kannst du noch einmal ganz kurz die diskussion um die einheitsregierung skizzieren das ist vielleicht nicht jedem hier bekannt es gibt es gab die wahlen die parlamentswahl im jahr 2012 mit dem auftrag dass das parlament letztendlich an einer verfassung arbeitet und man hat da eine art fahrplan entwickelt hat natürlich viel länger gedauert auch kein wunder ich bin auch der meinung libyen befindet sich in der gründungsphase und nicht in der phase dass es fehlt dass es ein failed state ist und es wird im prinzip gerade erst alles gegründet also der prozess hat länger gedauert um es kurz zu machen nach langem politischen streit gab es dann im letzten sommer wahlen in der die islamisten mit dem ausgang waren die islamisten nicht froh oder die religiös ultra konservativen vielleicht kann man so besser sagen und die regierung die dann das parlament in die regierung die gewählt wurden haben sich in den osten abgesetzt um sich dem zugriff der in tripolis regierenden milizen zu entziehen darauf gab es den putsch in der hauptstadt tripolis und seitdem gibt es zwei regierungen von denen die eine nur im osten international anerkannt ist und die andere ohne untertreibung der putsch regierung genannt werden konnte aber die sich durchgesetzt hat und die hauptstadt ganz gut kontrolliert und nun nachdem der konflikt weiter eskalierte mit sehr vielen verschiedenen lokalen konflikten die übrigens immer immer mit grenzen zu tun haben zur mehrzahl mit grenzen und dem geld was man dort verdienen kann zu tun hat ja gibt es jetzt die für den versuch der internationalen gemeinschaft eine einheitsregierung zu bilden und der spanische diplomat benadino leon hat ein jahr daran gearbeitet im letzten moment relativ viele amendments zusätze in diesen vertrag reingebracht zugunsten von tripolis und deswegen ist man jetzt in tobruck sauer und ziert sich zu unterschreiben aber du bist ja einigermaßen skeptisch was diese einheitsregierung angeht in bezug jetzt auf stabilisierung beziehungsweise dass dass diese form von stabilisierung tatsächlich den den flüchtlingen und dem 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 gewalt also helfen könnte beziehungsweise den gewalt exzess beenden könnte richtig es ist gut dass ein jahr geredet wurde und man hat gemerkt dass auf vielen ebenen der dialog dieser dialog sehr erfolgreich war auf lokaler ebene haben die leute wieder miteinander gesprochen es gibt in libyen 93 gewählte lokalräte in 93 städten haben in den letzten war in den jahren erfolgreiche demokratische wahlen stattgefunden und auf dieser ebene nähert man sich an nur das problem ist dass diese regierung diese einheitsregierung keine sicherheitskräfte hätte oder noch hat und sich wenn sie denn nach tripolis geht von milizen bewachen lassen muss die letztendlich in den letzten jahren immer politik mit der mit vorgehaltener waffe gemacht haben es wäre in keinem anderen ort besser also es hat nicht nur mit tripolis zu tun es ist einfach natürlich in den letzten drei jahren eine kultur entstanden in der die verantwortlichkeit eher lokal stärker geworden ist also viele milizen sind stadtmilizen und die verantwortlichkeit ist eben sehr lokal geworden vielleicht 70 80 powerpoles die entstanden sind aber als zentralstaat hat libyen aufgehört zu existieren und das ist ja vielleicht auch ganz gut so denn letztendlich hat muhammad gadafi über 42 jahre lang eben von oben regiert und nun muss eigentlich das neue modell gewählt werden einheitsregierung ist gut aber es wird nicht die lage für all die ändern die keine waffen haben und das sind nicht nur migranten das zivilgesellschaft frauen und die mehrheit der libyer die diesen konflikt nicht mehr will und das möchte ich noch mal betonen man hat ja so den eindruck wenn man unsere berichterstattung liest oder den bericht von amnesty liest oder das was ich sonst schreibe dass das ganze land eigentlich also mal somalia geworden ist 390 lokale wahlen local council wahlen die die wo die leute gezeigt haben dass sie diese form der regierung möchten und doch 2012 ein jahr in dem es ganz anders aussah in dem hätte dann die internationale gemeinschaft vielleicht massiv unterstützt und massiv gedroht denjenigen die eben kein interesse daran haben an einer armee an einer polizei an einer ruhe sondern nur interesse haben an diesem zustand die jetzt profitieren also leute die eben niemand waren und jetzt milizenkommandeur wenn hätte man das gemacht dann sehe libyen ganz anders aus und wir haben alle damals an land erlebt vielen leuten vielen bürgern die ja eigentlich sehr positiv in die zukunft geschaut haben libyen ist teilweise auch opfer geworden von den konflikten die es in arabischen welt es gerade gibt migration ist das eine man darf nicht vergessen dass diese irre waffen dieser waffenlager die morgermar gadafi angesammelt hatte dass die natürlich nicht nur im land verteilt wurden sondern auch eine menge konflikte außerhalb angeheizt haben und diese konflikte kommen jetzt nach libyen zurück und insofern ist ein land was sich in der gründung oder eine auflösung befindet je nachdem wie man sieht natürlich nicht in der lage sich gegen die konflikte zu wehren die jetzt nämlich von außen kommen mali boko haram ist mittlerweile im nord niger muss man zu veranschaulichen diese grenze hier das ist dieser punkt von dem wo das bild entstanden ist was ich mal anfang gezeigt habe boko haram wird sicher ist sicherlich nicht in großen in großer zahl im nord niger ist vorhanden aber genau hier wo der weg der migration geht von agadez nach norden diese straße lang genau dort werden immer wieder leute gesichtet die sich als poko haram ausgeben und das extremisten netzwerk ist mittlerweile reicht mittlerweile von mali hier bis in den osten libyens und in diesen zeiten haben die leute andere probleme muss ich leider ganz zynisch sagen als sich um migration zu kümmern weil sie auch nicht so sichtbar ist das würde ja das führt mich dann zu meiner nächsten frage auch an dich mag da die leute vor ort mögen nicht die energie mehr haben oder die die kapazitäten haben sich jetzt mit migrations fragen auseinanderzusetzen stellt sich ja die frage nach der europäischen gemeinschaft beziehungsweise auch nach dem was was das ausland was aus von außen her an angeboten gemacht werden muss das ausland hat er jetzt langsam begriffen aufgrund der flüchtlinge aufgrund des massensterbens vor allem im mittelmeer auch wenn es in der wüste stattfindet wir kümmern uns ja also in unserer in unserem mindmapping geht es ja nicht vor allem um die situation im mittelmeer dass es so nicht weitergehen kann was ist die position von amnesty also was sind sozusagen die faktoren was sagt amnesty was sind mögliche ansatzpunkte um die situationen zu entschärfen so thank you and maybe before i answer this this question i'll um i just wanted to expand a little bit uh um on what michael was saying in terms of the current situation and the sort of the the political divide or the sort of the crisis of legitimacy of state institutions and and how that affect um ordinary libyans of course we've talked about the the drastic situation the extremely dire situation that migrants and refugees are facing but this is just one facet of the lawlessness and the chaos that libya is going through um as i said in the very beginning libya is going through a number of conflicts um there there is you know there is a effectively a conflict in in the west uh sort of northwest um there is a conflict in the sort of north east um in the center of the city and sit um in the south of of the country um and you know we we do have two governments that are vying both for for legitimacy one which was um elected uh following the parliamentary elections of 2014 uh the other one which uh was self-appointed and self-declared after uh the 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 you know after they didn't like the composition of the first uh government and so it was ousted of tripoli into to brook now these both of these governments are allied themselves with coalitions of militias coalitions of armed forces that in the context of the fighting have committed serious human rights abuses and violations of international humanitarian law which governs conflict some of which our assessment as amnesty is is that they are war crimes this includes you know today in libya just as i was talking about abductions of of migrants and refugees uh the abduction of libyans is commonplace uh we we can't keep keep up we don't know how many people are abducted uh because it is so many it happens every day it happens these are abductions for ransom mainly which you know then amounts to hostage taking where especially businessmen richer people are asked uh are abducted and then the family is asked for a huge sum of money for their release in many cases people are abducted and held hostage when there are reprisals between one group one armed group and one militia against another militia so say one militia will abduct for 15 people then the other one will abduct the same number only on account of their names because of their names because of where they're from because of their tribal affiliation um there's also torture that takes place in uh detention centers where libyans are 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 held and it's systematic it's all sides and in the middle of it you have you know the group that calls it the islamic state you have also small tribal militias as well uh the conflicts are very multifaceted in benghazi we had documented scores of 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 um summary killings where people were abducted and then you know completely vanished off the face of the earth a few days later their bodies with marks of torture with a wound of um of a gunshot would appear in the morgue of a hospital or dumped on a street uh somewhere near a hospital and so when it comes to to migrants and and there there are 400 over 430 000 libyans that are internally displaced across libya and so now people have resorted because since 2011 the libyan authorities have not been able to establish the rule of law effectively courts at the moment are not operational in the east of the country center of the country there are huge concerns when it comes to the rule of the law in the west of the country as well where judges are threatened where prosecutors are threatened or they're intimidated because it's really the rule of militias and so people what protects them what protects people so well it's their family it's their tribe it's their um sort of community it's their social networks with migrants and refugees who are foreign nationals who don't have passports who don't have documents they are the ones that are the most vulnerable to abuse because they don't have that social base and so our perspective is very much so that unless there is some sort of strong and clear message from the international community community that such abuses which which are which have been going on since 2011 and were going on of course under qaddafi if there is not that cycle of abuse if it's not broken with and if people are not held accountable for their actions then it will just continue the international criminal court continues to have jurisdiction over libya it has had it following um a security council un security council referral back in 2011 libya was referred to the security council and you know effectively the international criminal court could start new investigations into new crimes under international law all of which i have just mentioned would kind of um meet that uh that requirement um but the problem is is that nothing has been done do you have any explanation for that yes so so the court's explanation so far has been that um they do not have enough resources um so they do not have any financial resources and that it's too dangerous to uh or that there are security concerns so there are only two ongoing cases at the moment both of which relate to 2011 and to violations committed by the qaddafi uh forces so there is a case against his son safe al-islam and the former uh chief of military intelligence amdala sanossi but other than that you know our call has been as well that states such as germany such as you know states in the european union or elsewhere could support the court as well in order to enable it to carry out these investigations there are lots of libyans that are living abroad there is hundreds of thousands of libyans that are in tunisia since 2011 a large number that are as well in egypt and investigations are needed in order to also preserve evidence back in 2011 militia commanders were scared of the international community they were scared of committing violations they were worried when they saw a foreigner coming into a detention center and they're trying to cover up the 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 torture nowadays you have torture that is filmed on camera without anyone thinking that you know because national courts can't investigate judges will be threatened and the international community and criminal court is not doing anything in order to hold anyone responsible or anyone accountable you would like to add something ja ich glaube dass dieses berühmte ja der sommer 2012 ein ein ganz tragischer eine ganz tragische falsche interpretation der lage gezogen wurde es wurden es waren auch die amerikaner die amerikanische armee die ihre special forces aus von der botschaft abgezogen hat und man hat sich dann man darf nicht vergessen der amerikanische botschafter war am 11 september 2012 in benghazi und kam ums leben beim angriff von mehreren extremisten man hat sich darauf konzentriert erstens auf business libyen ölreichstes land und zweitens darauf oder hat sich nicht darum gekümmert dass libyen damals schon zum exporteur weiterer krisen wurde und ich sage halt nur das stichwort syrien die wichtigsten waffen beim beginn der syrien krieges kam aus benghazi kam aus libyen und es war kein zufall dass die größte cia mission der damaligen zeit in benghazi stationiert war und ich glaube man hat einfach die falschen schlüsse gezogen man hätte damals libyen extrem unterstützen müssen und man hätte von vornherein sagen müssen genau wie eben gehört dass kriegsverbrechen bestraft werden und dass man mit diesen gruppen nichts mehr zu tun haben möchte man hat mit diesen gruppen aber gearbeitet um die rebellen und man der westen sage ich mal ganz allgemein und das jetzt genau im detail zu erklären man hat damals diese milizen unterstützt im export des krieges nach syrien und wir alle fanden es damals gut bashar assad war der große diktator viele viele libier sind damals nach syrien gegangen und nun gilt es die situation zu nutzen dass sich kaum ausländerland befinden dass sich kaum diplomaten im land befinden die man eventuell kidnapen könnte wie in bosnien geschehen im übrigen als die ersten luftschläge dazu führten dass un soldaten angekettet wurden an lanternen fehle als als erpressungsmaßnahme ich kann dem nur zustimmen als die einen satz noch als die amerikanische botschaft letztes jahr evakuiert wurde flogen kampfscherz über libyen und es ist kein einziger schuss gefallen das ist immer das was viele libier sagen es ist ein bisschen zu vereinfacht gesagt aber es gibt die große angst bei all diesen kommandeuren dass sie zur rechenschaft gezogen werden und die un hat im frühjahr gesagt dass sie das auch tun wird dass auch diejenigen die den friedensprozess behindern dass sie zur rechenschaft gezogen werden es ist bis jetzt nichts passiert und das ist jetzt der moment das umzusetzen seht ihr denn anzeichen dass jetzt ein umdenken beginnt also wir nochmal der versuch jetzt wenn wir es nach vorne denken auch wenn wir jetzt mal ein bisschen sozusagen spekulativ das nach vorne denken weil das die situation sehr sehr schwierig ist das habt ihr ja sehr gut geschildert sehr eindrücklich geschildert aber es gibt einen neuen sonderbeauftragten der un ein Herrn kobler der jetzt übernehmen wird kann man schon absehen kann man spekulieren kann man hoffen dass hier eine andere policy verfolgt wird dass sozusagen dass die fehler entdeckt werden dass überhaupt begriffen wird dass man sich mit libyen auseinandersetzen muss das ist ja bislang nicht nicht weitgehend nicht der fall gewesen seht ihr da seht ihr da ansätze des umdenkens ich fange ganz kurz an martin kobler ist noch nicht bestätigt in seinem posten aber es sieht so aus dass es wird ja ich will es auch noch einmal korrekt sagen also er wird es wohl werden was man so hört der ehemalige chef der un mission im kongo zumindest als jemand bekannt geworden der durchgreift natürlich geht es nicht um eine neue militärmission in libyen das bringt überhaupt niemanden aber ich glaube es geht darum diese aufgabe als eine ganz andere zu verstehen als wie sie jetzt wie sie jetzt verstanden wird libyen ist für europa das wichtigste das größte problem größte herausforderung und vielleicht auch chance 90 prozent der migranten kommen aus libyen und für mich ist libyen eigentlich ein parade beispiel für die konflikte die wir zukünftig in afrika sehen werden entstaatlichung nicht funktionierende staatliche strukturen gibt es nicht nur in libyen natürlich ist das ausmaß ganz speziell zur zeit aber ich möchte nicht das wort marschall partner unbedingt in mund nehmen aber zumindest muss man sich gedanken machen wie man strategisch mit und afrika umgeht und ein land was eigentlich nur nach der unabhängigkeit von den vereinten nationen gegeben im kann man nicht erwarten man kann nicht erwarten dass diese übergangsphase in vier jahren geschafft wird wir sprechen hier von 20 jahren und ich glaube die eu sollte sich eine strategie für nordafrika überlegen wo man in der man formuliert was man möchte was man nicht akzeptiert und wie man nordafrika speziell libyen hilft strukturen aufzubauen gerade deutschland hat da natürlich mehr geschichtliche erfahrungen gesammelt als andere europäische länder insofern ja mit martin hockobler könnte ein ganz neuer langfristiger ansatz kommen was wäre denn was wäre denn jetzt eine emergency eine notfall intervention weil wir haben es ja mit einem notfall zu tun das habt ihr ja skizziert also du hast jetzt die langfristige perspektive ins spiel gebracht was wäre denn eine mittelfristige oder kurzfristige intervention die die ihr vorschlagen wird amnesty hat ja gesagt über die die grenzen öffnen nach nach tunesien also sozusagen aus der die falle libien öffnen gibt es da verhandlungen gibt es da ansätze dass man dass die libyer wieder zurückgehen also nicht lieber sondern die libyer dürfen ja wieder nach tunesien aber eben auch die die migranten und die die flüchtlinge gibt es da verhandlungen wisst ihr davon i mean when it comes to you know when it comes to addressing sort of the sort of the migration problem in libya and you know it's mainly in terms of the debts that we have seen in the mediterranean this year which are extremely tragic and which should have been avoided which could have been avoided um they happened also because you know the eu sort of wavered for so long in terms of putting more resources into a search and rescue operation knowing how many people were crossing um from libya seeing the numbers and obviously as a human rights organization uh we've been calling for uh larger resettlement quotas in order for people not to have to uh leave from from libya via boats where they are exposed to the risk of dying also because of the abuses that they are facing from smugglers but as we've explained it's not just one thing it's all the abuses that they're facing in libya that are pushing them to leave um it's more humanitarian visas and humanitarian admissions it's more family reunifications i mean up until last year we had uh many syrians that used to cross they used to take uh flights from turkey to algeria because they didn't need visas to algeria and then being smuggled in either directly from algeria to libya or through tunisia where they were exposed as well to abuses um cases in some cases even sexual violence but also extortion uh in some cases torture we had some allegations of people being shot at and then you know being exposed as well to the risk of dying now we have this route seems to have uh been shut down in a way because of algeria imposing borders but uh we hear unconfirmed reports we've not conducted research there yet so i you know i don't have yet evidence but there are reports suggesting that people syrians are now flying to sudan which is a far longer uh journey as well in order for them to get to the north and then to leave from there so there have been syrians as well that have been coming this year uh so you know in terms of obviously saving lives uh the most important thing is um safe and legal routes um to safety um it's it's the sort of uh availability of of asylum um the processing of asylum also at um even at embassies or immediately uh at the first sort of transit uh country uh but um but there are also in terms of the the wider uh situation and you were talking mirko about um you know the political agreement and the negotiations that have been taking place over the last year there have been some um measures confidence building measures that were included into that agreement that were also that the un was trying to push through uh negotiations or the dialogue with um local councils of the different cities in order for them to exchange the 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 lists of abducted people and trying to stop illegal migration illegal detention so all of this is important but obviously it will take forever if there is a national unity government the now the strategy is to sort of put enough emphasis on uh the group calling itself the islamic state saying okay the two governments you sort yourselves out because otherwise is is going to be the strongest uh power here so you have too much to lose and then you should negotiate but the problem with this approach is is that there hasn't been enough sort of strong messages that have been sent that people will face sanctions there are un security council resolutions that provide for targeted sanctions against individuals that either are spoilers to the political process but more importantly so that are committing human rights abuses and serious violations of international humanitarian law these resolutions have been in place for over a year and the international community has not acted upon that we have a similar situation where I would like to ask you as a journalist as a journalist that the politics also also what here the vertriebenen politics angeht ja auch erst über das zivile engagement auch über einen gewissen shift der in den medien stattgefunden hat überhaupt dazu gekommen ist sich mit dem thema auf höchster ebene auseinanderzusetzen verschiedene politische vorschläge zu machen wie schätzt du das ein in bezug auf libyen als journalist kriegst du gerade mehr aufträge weniger aufträge gibt es da jetzt schon mal sozusagen von medialer seite aus ein um steuern weil libien ist unangemessener weise aber wir haben es ja gesehen ist eigentlich wird ja in den medien überhaupt nicht adäquat zur kenntnis genommen als problem wie 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 ist deine wahrnehmung morgen gut bei arte aber wie wie ist die auftragslage es ist kompliziert das ist das was ich ganz häufig höre es ist die narrative in libyen die die narrative libys ist einfach für berichterstattung ja sehr schwierig und daher nein das interesse ist natürlich ein bisschen größer weil nun mal der größte flüchtlingsstrom und der langfristige flüchtlingsstrom weiterhin durch libyen kommt aber es hat auf jeden fall ist das interesse nordafrika größer das finde ich sehr gut auch an tunesien dass sie sich ja auch in einer schwierigen situation befindet und das finde ich sehr positiv weil nordafrika dieser südliche mittelmeerraum ist nicht nur europäisches alte europäische kultur kultureller kreis und die leute gucken auch im übrigen nach nord die libyer und die tunesie gucken nicht nach saudi arabien und an den golf sondern schauen sich die lebensmodelle an haben wie sie denn hier existieren und ich sehe langfristig gar nicht so negativ in die zukunft aber es ist es auf jeden fall schwer diese geschichte zu erzählen weil auch wir natürlich als nordeuropäer uns lange vorurteile erarbeitet haben gegenüber der arabischen welt natürlich auch im übrigen ist es aber auch in den nachbarländern so auch die tunesier schauen nach libyen und sagen mein gott wie kannst du dort hinfahren was sind das für leute es gibt es auch zwischen den nachbarländern ich kann es verstehen dass das interesse an libyen nicht so groß ist weil es eben einfach ein eine geschichte ist die man nicht leicht erzählen kann nur wir sollten die chance jetzt nutzen und nutzen und ich glaube man sollte wirklich dieses problem jetzt mal langfristig an sich sich anschauen und dieses problem so annehmen dass es gar keine wahl bleibt es zu lösen wenn man es nicht macht wird es sowieso wieder militärischen einsatz geben und das hilft niemandem der militärische einsatz könnte recht bald kommen im übrigen gegen den islamischen staat das ist übrigens eine geschichte die ich überhaupt gar nicht verstehe nur weil der islamische staat oder der sogenannte islamische staat nicht wie in syrien territorien einnimmt sind viele menschen und auch experten der meinung das wäre nicht so schlimm das problem es geht in nordafrika nicht im territorium es geht um eine geschichte es geht um eine perspektive die menschenfänger jungen leuten jungen männern bieten die eben wirtschaftlich keine andere möglichkeit haben und die in ländern groß geworden sind wie libyen wo zwar statistisch die schulbildung sehr gut ist aber de facto haben wir eben auch darüber gesprochen in den schulen geschlagen wird man dinge nur wiederholt in denen kein kritisches denken gelernt wurde und in diesen jahren nach vier jahren kein job keine perspektive ist es gar nicht so unverständlich dass es sich immer wieder leute finden die für 1500 euro monat sich einem kampf gegen die diktatur anschließen und denen im übrigen erzählt wird die scharia sei so wie sie dann angewendet wird ist letztendlich dient dazu dass alle gleich sind dass jeder gleich viel wert ist und es geht um diese narrative im kopf die man auch in europa erzählen muss und die ich versuche in meiner berichterstattung jetzt mehr zu erzählen weil spätestens mit der migration müssen wir jetzt einfach einsehen das ist eigentlich relativ egal ist ob ein junger mann in libyen dem islamischen staat beitritt oder in deutschland es ist mittlerweile alles so vernetzt und diese netzwerke funktionieren gut wir haben keine andere wahl als uns damit intensiv auseinanderzusetzen gut das würde ich jetzt gerne als stichwort nehmen um das gespräch für das publikum zu öffnen ich möchte sie bitten wenn sie eine frage stellen möchten dass sie sich kurz vorstellen was ihre position ist und fassen sie sich kurz wenn möglich damit möglichst viele leute zu wort kommen gibt es fragen ja hier vorne bitte hallo everybody my name is nasir khalid i am originating from nangeria i also living in libya for two years i follow monetarien see to lampadusa and then i have italian document i was in germany since 2013 i live in berlin i'm very appreciate for this conference um what you are explaining really is really courage because i'm living in libya what what i try to explain a little bit is we are talking about it from 2011 so if we look back the time gaddafi is ruling libya we know there is many complicate about killing people racists and tortures and everything the time of gaddafi and we also know there is a taliban member in libya since 2000 to 2002 the american the european union they know this what i try to say is all these complicate who supporting these terrorist people who give them wire phone in 2011 who supporting them to back gaddafi to kill gaddafi and what these people doing now the first challenging they kill american ambassador they kill christian egyptian slavering people illiterate christian also they also making many many crimes who is responsible for this this is my big question and how they solve this problem and there is many immigrants coming to europe since long time ago not from 2011 but it's not like this time because between gaddafi and european union they have agreement gaddafi didn't allow any immigrant to follow military and see to come to italy but after this war the door the door is open everybody is coming challenging about immigrant challenging about the terrorist group challenging about everything is upside down how this problem is stopped and this is my question i think this is a big question i think we we tried already to approach a little bit but maybe if you want to add something i mean thank you for these points i mean i think that these are very valid points and as amnesty we've also been saying that countries that have been taken that took part in the NATO intervention in 2011 do have a responsibility to do more in order to address the situation because you know they were party to the conflict as well so yeah no thank you for these points yes that will the history books will show how the decisions exactly have fallen to the NATO intervention of course of course the critique of the 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 Mandat überzogen wurde, das ist ziemlich eindeutig und da machen sich einige Leute und wir sehen die Konsequenzen in Syrien im Übrigen. Natürlich ist Russland und China nicht mehr bereit, sich auf ein gemeinsames Vorgehen in anderen Ländern zu einigen, weil man sich einfach hereingelegt fühlt. Ich möchte noch einen anderen Punkt erwähnen in diesem Zusammenhang, der sehr gefährlich ist. Es hat sich jetzt ja ein weiterer Konflikt entwickelt, weil der Westen sich gegen den General Haftar gewendet hat, der in Benghazi gegen dschihadistische und religiös-konservative Milizen kämpft, hat dieser sich wiederum russischen und ägyptischer Militärhilfe, russischer ägyptischer Militärhilfe zugewandt und wir sehen eine große Spaltung. Vielleicht ganz kurz zum Kontext, das ist ein General, der eben auch schon unter Gaddafi gedient hat, der sich jetzt wieder selbst ermächtigt hat, sehr mächtig ist, auch als also ein sogenannter wilder General gilt und ja, nur das ganz kurz zum Kontext. Ja, und zu Ihrem Punkt, das Entscheidende daran ist, glaube ich, dass mit diesem Eingreifen in Libyen relativ schnell die Interessen anderer Golfstaaten und von mir aus europäische Geschäftsinteressen, aber das sehe ich gar nicht so stark eigentlich, dass diese Tür geöffnet wurde und dass Katar, Saudi-Arabien, die Türkei, jetzt Ägypten sehr stark in diese offenen Grenzen eingedrungen ist und das ist die wirkliche Katastrophe. Die Frage war eben ganz konkretes Vorgehen. Bevor man mit den Milizenkommandeuren mit etwas droht, was man eh nicht umsetzen wird, also deren Verhaftung, sollte man mal ein ernstes Wort mit den Golfstaaten sprechen, die weiterhin Waffen liefern. Es wurde kürzlich ein Schiff aus der Türkei vor Kreta gestoppt mit Waffenlieferungen. Also es sind externe Faktoren, die diesen Krieg auch anfangen. Haben Sie noch Fragen? Es sind ja jetzt schon verschiedene Vorschläge hier auf dem Tisch. Grenzen zum Teil öffnen, mehr Visa ausstellen, wen die Waffenhandel kontrollieren, überhaupt die Werte wiederholt hochhalten von europäischer Seite, damit der ICC aufgerufen ist, tatsächlich die Strafverfolgung zumindest mal zu Beginn. Haben Sie noch Fragen? Hallo, Tom Lehmann, mein Name. Ich bin Student von Politikwissenschaft und Soziologie aus Würzburg. Ich habe noch eine Frage zum Öl, weil mir das nicht ganz klar geworden ist, weil es jetzt hieß, Haupteinnahmequelle ist vor allem Migration. Jetzt ist Libyen der ölreichste Staat in Afrika. Wer profitiert aktuell von dem Öl? Also sind es beispielsweise die Golfstaaten oder sind es eben lokale Milizen, die das Öl verkaufen? Wer hat da aktuell so einen Finger im Spiel? Dieser Machtkampf, den wir kurz erklärt haben von zwei Regierungen, da geht es hauptsächlich um die Kontrolle der Zentralbank, die das Geld, die Öleinnahmen verteilt, wenn sie denn fließen und natürlich um das Management dieser NOC, der National Oil Corporation. Im Moment geht das Einkommen, also das verkaufte Öl, das geht an die Bevölkerung, das geht auch an die Milizen, die sich im Übrigen gegenseitig bekämpfen. Auf beiden Seiten dieser Frontlinie werden die Leute aus der Staatskasse bezahlt. Das ist auch eine ziemlich einmalige Situation. Und das ist natürlich jetzt zusammengebrochen, die Ölförderung. Gerade jetzt, wo der islamische Staat sich aufmacht von Sirt in die Hauptölfelder vorzudringen. Es wird unheimlich viel illegal geschmuggelt. Also vor Tripolis gibt es mittlerweile ein Netzwerk an Benzinschmugglern, das sich einfach deswegen lohnt, weil in Tripolis im Moment da ein Liter Benzin ungefähr, ich glaube, sieben Cent kostet, sieben Euro Cent kostet. Und wenn man nur genug davon, ja, auf italienische, ich sag's nochmal, Fischerboote transportiert oder maltesische, dann kann man damit einen ganz guten Reibach machen und das passiert gerade. Aber das sind so im kleineren Rahmen Geschäfte, von denen Milizen aber auch ihre Kämpfer auf jeden Fall bezahlen. Und dementsprechend ist übrigens auch groß der Schmuggel nach Tunesien. Auch in Tunesien kostet ein Liter Benzin, 1,05 Euro ungefähr. Das heißt, dieses sehr grenzübergreifende informelle Handel ist auf jeden Fall, ja, heizt den Konflikt natürlich auch an. Im Moment liegt die Ölproduktion ziemlich am Boden. Der Ölpreis ist im Keller. Und insofern geht es für die Golfstaaten mehr um eine, die haben eine langfristige strategische Ausrichtung gesagt, sich in Libyen 2.200 Kilometer Küste südlich Europas, es ist klug, ein bisschen Einfluss zu haben. Insofern ist es eine sehr langfristige Maßnahme, die dort getroffen wird. Es geht nicht jetzt darum, sofort Öl zu fördern. Dazu ist der Ölpreis zu niedrig. Dazu ist Libyen auch nicht wichtig genug. Das ist übrigens eine große Fehleinschätzung gewesen. Viele Libyer, die dachten, also wir als Ölreichsland Afrikas, alle ausländischen Konzerne werden sich darauf stürzen und wir wären wichtig. Es hat sich gezeigt, Libyen ist überhaupt nicht wichtig und der Ölpreis ist nicht nach oben gegangen. Und würde es die externen Faktoren nicht geben, also andere Staaten, die sich einmischen, von Ägypten bis zum Golf, dann wäre das vielleicht ein Faktor gewesen, der den Konflikt gedämpft hätte. Und ja, deswegen nochmal mein dringender Appell. Man sollte vielleicht einfach mit anderen Hauptstädten sprechen, bevor man sich dann im zweiten Schritt an die Sanktionen macht, derjenigen, die von dort bezahlt wurden und die Milizenkommandeure sind. Sonst sagt man ja immer gerade auch von westlicher Seite, dass gerade Länder mit Öl besonders interessant sind, dass man da Protektorate auch einrichten möchte. Das würdest du jetzt aber völlig als nachrangig erachten aufgrund des Ölpreises. Also da gibt es auch keine längerfristigen Strategien von Seiten Frankreich, von anderen europäischen Ländern, die sagen, da halten wir mal den Finger drauf und deswegen sind wir dagegen, dass jetzt dieses Land komplett chaotisiert? Selbstverständlich. Nee, du musst einfach nur reinsprechen. Selbstverständlich gab es den Versuch und 2012 hat man sich ja auf wirtschaftliche Zusammenarbeit gestürzt. Es wurde nicht groß verheimlicht, dass dann im libyschen Vertragungsministerium Tripolis britische Militärberater und Consultants einen ausging und es gab eine Militärmesse. Man wollte auch für diese Befreiung letztendlich was zurückbekommen und das waren Waffenverkäufe und das waren natürlich auch Anteile oder Konzessionen, die man sich erhofft hatte. Aber mit dem Chaos sank das Interesse und das Interesse von Ölkonzernen ist im Moment sehr, sehr gering. Einige versuchen ihre Konzession loszuwerben, nicht alle. Aber es ist eher die Lage, die Libyen im Moment nicht so interessant macht. Aber im Prinzip ist es ein sehr interessantes Land, weil es sehr hochwertiges Öl ist, was auch in europäischen Raffinerien gerne genutzt wird. Nur, wo möchte man sich im Moment engagieren? Das ist einfach zu kompliziert. Ich wollte noch mal. Ich wollte noch mal, ich wollte noch mal fragen, Magda, back to the situation of migrants and refugees, whether – I mean, we're foreseeing the winter month where people cannot really go on the sea and they will not be pushed on the sea. How will they survive? What perspective for them in a longer future? What should we, talking about approximately 1 million people, and it might be more next spring because then the sea is open again, possibly. What is the perspective, what should we ask for politically in regards to these people? Should we open up other channels, ask for more resettlement programs? So, contingencies, what would you say as amnesty? I mean, you know, it's definitely, Libya is not fixed in one day. It wasn't destroyed in one day, it was destroyed in 42 years. Obviously, there's a whole long history of how we got here. So, I think that it really depends on... We do have these widespread abuses, of course, but it's... I don't know, but sometimes, you know, the sort of the ways in which the Western media portrays it, that there's 500,000 people just waiting to board boats on the beach, is, as far as I understand, a gross exaggeration. So, obviously, you know, the best way to address the refugee and migrants crisis, in my opinion, is to also ensure, on the one hand, increased resettlements and humanitarian visas, especially from the countries of sub-Saharan Africa, of which we know that people keep on coming through, in order to stem that sort of irregular flow of people. So, that's one thing. But on the other thing is also to ensure that the issue of refugees and migrants is also dealt with as part of this political settlement, as part of these political talks that are taking place, whether or not, you know, if and how and when they will come to a conclusion, or if they won't. Europe, especially the EU, because of the proximity, and also because of its past involvement in Libya and migration policy and sort of cooperation, does have, as well, should encourage Libyan commanders, militias, authorities, of whatever government at the local level or at, you know, whichever level, to insist that these are violations that are taking place and that no one should be detained based on their immigration status, that torture will not be tolerated, and include these messages as part of the sort of package, because this is very much missing. I mean, the human rights sort of situation of migrants and refugees is really missing from this picture and is also missing from the wider sort of political dialogues. So I think that this is very crucial as well to keep that in mind. Noch eine kurze Ergänzung. Ich hatte vorhin das Bild von Hanni Adyek gezeigt, die Vorsitzende des Roten Halbmondes in Tripolis, die mit 150 Leuten von einem Camp zum nächsten geht und zumindest das Gröbste versucht zu verbessern, zumindest mit den wenigen Militionären spricht, die diese grauenhaften Zustände bewachen. und die mir sagte, mit 5000 Euro könnte man jedes einzelne dieser Lager, wo bis zu 1000 Leute untergebracht sind, verbessern zumindest und könnte vielleicht den Arzt bezahlen oder könnte das Essen verbessern. Aus Europa hat sie relativ wenig bekommen, war ihre Beschwerde. Das kann ich natürlich nicht genau beweisen oder sie hat keine genauen Zahlen vorgelegt, aber zumindest hatte sie kaum Geld, um ihre Leute zu zahlen. Dieses Vakuum in Europa hätte man sich schon überlegen können, wie man so eine Organisation vielleicht massiv unterstützt, um zumindest jetzt und hier oder für den kommenden Winter warme Kleidung zu organisieren. Das Vakuum blieb, keiner hat was gemacht, bis die Meldung kam, dass Katar das Angebot machte, dem Roten Halbmond 60 Millionen Euro zu geben, unter der Voraussetzung, dass der Rote Halbmond aber nur im westlichen Teil, das von der Fascha-Libya-Allianz kontrolliert wird, tätig zu werden, was natürlich dann ein politischer Gewinn für diese Allianz gewesen wäre. Ich finde ein schönes Beispiel, dass politisches Vakuum immer von irgendjemandem genutzt wird und das muss man jetzt nicht Katar in die Schuhe schieben, die waren zumindest klug. Und ich kenne eine Handvoll kleiner Initiativen, die mit ein paar tausend Euro nur die Lage tatsächlich verbessern können und die so arbeiten, wie die libysche Gesellschaft eben zurzeit funktioniert. über Bekanntschaften, Namen, Verwandte, so wie ich auch immer durch Libyen gereist bin, relativ sicher, muss ich sagen, weil man sich eben von einem Netzwerk, Familiennetzwerk zum nächsten hangelt. So kann man sich auch um die Situation, der im Übrigen, die Zahl ist noch nicht genannt worden, ungefähr 5000 Migranten und Flüchtlinge kümmern, die im Moment im Großraum Tripolis festgehalten werden. Ich meine, ich meine, ich mag nicht mit Ihnen auf einen Punkt. Ich meine, unsere Position ist, dass wir nicht diese Prisons unterstützen. Europa sollte nicht die Prisons unterstützen. Es war etwas, dass da waren, unter Gaddafi, die waren auf der Weg. Even in 2013, nach dem Fall von Gaddafi, die Italian Ministry of Interior war, in Libya, in den Assessments in den Immigration Detention Centers, in order to see how they could support them in terms of the refurbishment, because this was something that was being expressed very much so by the local authorities that were detaining these people and also at the central level. I mean, Europe should not be complicit in to sort of assisting and contributing in a situation that is prolonging human rights abuses or that could contribute to human rights abuses. Even though I do understand that at times the humanitarian imperative is such, but we should be making clear that these people should not be detained in the first place because they will be abused, they will be denied medical care, they will be denied medical, you know, medical contact, family contact. In some places, I've seen unaccompanied boys that were as young as 11 and 13 that had been held in a detention center, in an immigration detention center for over a year without being able to contact their families to tell them that they were still alive and it was only upon registration by UNHCR that UNHCR had intervened on their behalf for them to be released. So I think that, you know, in a way, Europe, for instance, could be insisting for neighboring countries to keep their borders open such as Tunisia, such as Egypt, for the people that want to leave and that are seeking safety in order to be able to do so and then supporting the structures in Tunisia for instance, which obviously Tunisia is not a country that is able to, at the moment, deal with such a huge influx of people either because of they have their own issues to deal with that are stemming from their own transition post the 2011 uprising but that would be, you know, supporting UNHCR, supporting asylum systems or insisting on neighboring countries to adopt asylum systems in neighboring countries. I wouldn't say that we would, we should necessarily support detention centers. A very interesting point, the not only Libya but also, if you look at as you look at the future, as we look at the future, as we look at the future, many, many of the people in small areas control, so as in Libya. Und das ist tatsächlich, ich kann natürlich die Position sehr gut verstehen, aber das ist natürlich die große Frage, wie kann man die Lage in diesen Orten verbessern und da zitiere ich einfach mal oder da möchte ich mal auf meine Beobachtungen zurückkommen. Der letzten Jahre, man hat in 2011 in jedem Laden Waffen gesehen, jeder hat eine Waffe offen getragen in Libyen, Pistole hier am Gürtel oder geschultert, verschwand irgendwann aus der Öffentlichkeit. Nicht wegen einem UN-Entwaffnungsprogramm, sondern wie es ein libyscher Bekannter von mir sagte, so wie man, wir haben die Leute entwaffnet, wie man in Amerika das Rauchen Leuten abgewöhnt hat. Das war irgendwann einfach nicht mehr angesagt in der Mittelklasse. Irgendwann haben die Leute sich getroffen in der Moschee und gesagt, ich habe deinen Sohn schon wieder in der Waffe gesehen. Der hat furchtelt schon wieder auf dem Märtyrerplatz mit seiner Gang dort rum. Klingt jetzt lächerlich, aber das ist genau die Art, wie in Libyen Dinge sich verändert haben und die hatten sich zum Besseren verändert, weil die Gesellschaft gewisse Normen allein entwickelt hat. Die kann man von außen in diese Gesellschaft nicht tragen. Man wird niemals zehn jungen Männer, die diese Gefängnisse bewachen, die wird man als UN oder als Amnesty oder als Deutsche Botschaft, denen wird man nicht sagen können, mach das nicht, das ist nicht gut, uns gefällt das nicht. Man kann es nur machen, indem man libysche Zivilgesellschaft oder libysche Institutionen, Moschee, NGOs ausbildet, die diesen jungen Männern eine Perspektive geben. Natürlich kann Europa nicht direkt die Bewacher auch noch belohnen von solchen Camps, aber man muss ihnen eine Perspektive geben, eine Bezahlung geben. Und man kann, glaube ich, das ist zumindest meine Meinung nach dieser Zeit in Libyen, man kann die Veränderung nur von unten schaffen. Es wird keine UN schaffen können, es wird keine EU schaffen können mit einem Handschlag mit der neuen Einheitsregierung und einem Befehl von oben. Dieser Befehl der Einheitsregierung aus Tripolis, der wird das Ministerium nicht verlassen und der wird nichts ändern. Insofern müssen wir uns Konzepte überlegen, die nach meiner Meinung nach nicht von Amnesty oder von anderen Organisationen entwickelt werden können. Amnesty ist aber natürlich ganz wichtig, um Druck zu machen und ähnliche Organisationen, aber wir müssen die Zivilgesellschaft uns betrachten und sagen, wir müssen einen 10-20-jährigen Plan machen, wie man ganz, ganz bewusst diese Leute unterstützt. Noch eine Sache, die du vorhin erzählt hattest, es gibt ja Kommandeure, die sagen, nachdem Amnesty, nachdem sie in diesen Gefängnissen war, die ernsthaft gefragt haben, ist das doch jetzt, ist doch okay, dass ich den foltere, weil es schließlich ein Gaddafi-Nhänger gewesen. Also wir sprechen von Menschen, die wirklich in diesen Positionen sind, tausend Leute gefangen halten und überhaupt nicht wissen, also wirklich glauben, das sei in Ordnung. Und dagegen können wir nur gesellschaftliche Modelle, dagegen können die nur funktionieren, die wir irgendwie unterstützen müssen. Aber trotzdem bleibt natürlich das Risiko, dass das Geld, also sozusagen, dass mit diesem Geld von der EU wieder geplant wird, um genau den Kreislauf, der schon vorhanden ist, nicht zu durchbrechen, sondern am Laufen zu halten. Also ich denke, das Risiko zu benennen ist ja sicherlich richtig. I mean, obviously, I'm going to take this off. Obviously, the Libyan civil society, you know, there are fantastic Libyans, there are fantastic lawyers, human rights defenders, journalists that are trying to do good things. And it's very often at great risk to their own lives. It is not someone like me who goes in, does the research, writes a report and then leaves. No, it is the people that stay on the ground and then, you know, put their own lives at risk, put the lives of their families at risk and they have to negotiate their way around. So, for instance, when it comes to sort of capacity building, I think that this is really, really important. It is very important to invest in Libyan civil society. You know, NGOs that we know and that we work with or partner with, for instance, were telling us that they were facing more and more problems in terms of finding funding, including in terms of supporting Libyan human rights defenders who have left the country or who were forced to leave the country or relocate because of the insecurity and because they were also threatened. There are many journalists, I mean, that were subjected to abduction since 2011, subjected to threats, death threats, in some cases assassinated as well, kidnapped, you name it, subjected to the same human rights violation abuses on account of their work. So, it is absolutely crucial. I agree to support Libyan civil society, but it's not like Libyan civil society does not take these ideas on board. For instance, you know, in 2013, I was doing visits with a Libyan journalist who was also a member of the National Council for Human Rights, and we did join visits into actually the detention center, the first one that I, pictures of which I had shown you. And so, you know, he was quite shocked. He was not used to doing visits in this way, where usually the visits would have been very brief, and then that would have been it. We spend, you know, solid amounts of time doing interviews, and then he was so encouraged by this sort of cooperation that later on he organized by himself, with the support of UNHCR and others, he organized a sort of a conference bringing together the heads of the detention centers in the region, the heads of the, you know, the kind of the local authorities, the media, in order to have a discussion, how do we address this situation? And I think that it's very important, I do agree, that these local initiatives are extremely important, and they have to be harnessed, and they have to be supported. So, I would have a last time the opportunity to give, if you would have a question, if you would like to ask one more question, ah, one, two, three, then we might have a question. My name is Andrea Hitzemann, Caritas International, I work here in Berlin for you. The question of Menschenschmuggler is here also discussed, how can there effectively engage in it? That seems a very lucrative, large market to be. That money goes somewhere in a Kreislauf. We know about it? And of course, that example was interesting, how the training of weapons was not more society-based. So it is also one day so to be, that the Menschenschmuggler, especially in the moment, abläuft, also unter Missachtung jeglicher Humanität, sage ich mal, auch eines Tages in dieser Form abgeschafft wird, in Anführungsstrichen. Vielen Dank. Wir sammeln. Lass uns einfach die Fragen noch sammeln, dann beantworten wir sie chronologisch. Guten Tag, mein Name ist Lina Ewert, ich bin Masterstudentin der Sozialwissenschaften der HU und meine Frage geht eigentlich in die gleiche Richtung, und zwar inwiefern die Missionen EU-NAV-Format, sinnvoll ist, wenn man bedenkt, dass die Schmuggler-Netzwerke ja teilweise eine reiche Schmuggler-Tradition auf der Füßen und transnational organisiert sind. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Murat, ich bin Student und ich habe eine Frage. Das, woran ich mich bezüglich Libyen erinnern kann, ist, dass Gaddafi zuletzt noch von Sarkozy und Berlusconi hofiert wurde und man ihn mehr oder weniger zurück auf die politische Bühne hat holen wollen. Meine Frage, was ist in der Zwischenzeit passiert, dass man sich von Gaddafi abgewandt hat und Luftangriffe durchgeführt hat? Ganz kurz, ohne meine Branche über den grünen Klee zu loben, der Besuch von vielen Journalisten in Suwara zu dem Zweck der Fascha-Libya-Regierung, die im Westen herrscht, zu zeigen, guck, wir nehmen die ganzen Leute fest, wir sind der Partner Europas, hat dazu geführt, dass die Leute in Suwara gesagt haben, oh, man identifiziert uns als das Schmugglernest. Es gibt jetzt Proteste von jungen Leuten, nachdem jeden Tag Leichen am Strand angeschwemmt wurden. Ich sehe weiterhin, dass als einzige Möglichkeit, diese Dinge zu unterbinden, das wird keine EU-Mission schaffen können, das müssen gesellschaftliche Prozesse sein, die man unterstützen muss, wo man kreativ denken muss und wo bis jetzt die Diplomatie auch gescheitert ist. Aber das sind die Konflikte der Zukunft. Das wird nicht nur in Libyen so sein. Man muss einfach auch mit Akteuren sprechen, die eben nicht anerkannt sind und die vielleicht, ja, die uns nicht gefallen und eben auch innerhalb der nicht anerkannten Regierung zu den Schmugglernetzwerken. Ich frage mich, wieso man ernsthaft diskutiert, die Schmugglerboote zu versenken. Sie haben dieses Blauchboot gesehen, was man sich im Übrigen in Misrata im Internet bestellt, was im Containerschiff in diesem großen Hafen Misrata im Internet bestellt, geschafft wird. Man könnte aber ganz leicht gewisse Geschäftsleute unter Druck setzen und sagen, wenn ihr das weitermacht, dann seid ihr nicht Teil eines zukünftigen Libyens, zumindest aus unserer Sicht und dann gibt es, gut, man kann nicht einfach Visasperren verhängen, aber man kann zumindest Botschaften geben. Warum geht man nicht gegen die illegale Fischerei vor vor der libyschen Küste? Warum geht man nicht gegen den Benzinschmuggl vor? Und warum ist denn die NATO bis jetzt oder diese EU-Mission aus libyscher Sicht, guckt sie weg, wenn diese illegalen Tätigkeiten begangen werden, die im Übrigen ganz wichtige logistische Knotenpunkte sind? Also natürlich sind die Benzinschmuggler, die 25, 30 Kilometer vor Tripolis so ein Logistiknetzwerk geschaffen haben, natürlich sind die auch diejenigen, die Benzin an Schmugglerboote geben. Also da wird nach Libyen geschaut, da wird gesagt, wir versenken diese Boote, man sollte eigentlich erst mal sich an die eigene Nase fassen. Und da ist... Dieser Diskurs, der hier in Deutschland doch stark ist, nämlich wir versenken jetzt die Schmugglerboote und damit bekämpfen wir den Menschenhandel, hältst du für Nebelkerzen? Nebelkerzen, das ist ans eigene Publikum gerichtet. So ein Schlauchboot, an dem ja zwei Leute an den Motoren sitzen, die keine Schmuggler sind, sondern die natürlich auch Migranten sind, kann man nicht versenken. Und wenn die Bundesmarine, die eine tolle Arbeit geleistet hat, also ich meine, es sind 5000 Leute, glaube ich, alleine von den beiden Fregatten gerettet worden. Das will ich gar nicht kritisieren. Aber natürlich ist das eine PR-Meldung, wenn man sagt, man hat dieses Schlauchboot versenkt, weil es ein Hindernis für die Schifffahrt war. Man muss das Ganze viel gründlicher sich anschauen und diese EU-Mission ist sicherlich von Vorteil und ich glaube, die ist gut, aber wenn man den Menschenschmuggler stoppen möchte, dann muss man wahrscheinlich erst mal die Benzinschmuggler sich vornehmen und dann muss man die Waffelschmuggler vornehmen. Es gibt einen Krieg. Und was du ja auch schon vorher gesagt hast, Entschuldige, dass ich dich jetzt ein bisschen abkürze, einfach Perspektiven geben, alternative Einkommensmöglichkeiten geben, bevor man, dann wird es keine Alternative geben für die Leute. Es gibt einen Krieg in Benghazi von der sogenannten libyschen Armee, wir haben keine Zeit darüber jetzt lange zu sprechen, gegen extremistische Gruppen, von denen zumindest einige auch zum IS gehören und dieser Krieg wird, diese Waffen werden über See geliefert. Die werden für die libysche Armee aus Ägypten geliefert, aber diese extremistischen Gruppen bekommen über das Mittelmeer Waffen. Warum stoppt man diese Boote nicht? Und wenn es nur dazu ist, Verhandlungsparteien zum Einlenken zu bewegen. Ich weiß, wann die Boote ablegen. Donnerstag um 10 Uhr von Misrata in einen kleinen Hafen. Und das sind keine großen Geheimnisse. Das kann man, wenn man sich in Libyen bewegt, kann man sowas relativ leicht herausfinden. Also dieser Ansatz muss sehr viel komplexer sein und das glaube ich, es reicht nicht zu sagen, man versenkt die Boote der Schmuggler und das ist zurückgegriffen. Gut, das hatten wir noch eine Frage, die wieder etwas zurückgeht in der Geschichte. Die Distanzierung von Gaddafi, einen Satz vielleicht noch dazu? I'd like to comment here on the smuggling and the trafficking question because I think that it's very important to distinguish both and these are not the same things, obviously. Smuggling is, you know, whereas there are abuses that can be committed in a situation of smuggling, not all smuggling is a bad thing. so in a situation where, and sadly in the media, it is very much used interchangeably. Smuggling and trafficking is always used as it's, you know, interchangeable. So human trafficking is a human rights abuse and states have an obligation under international law in order to combat human trafficking. By contrast, smuggling is something which is consensual, which is something which takes place when a person either does it for no money or, in the Libyan case, obviously does it for a lot of money and then there's an agreement by the two that, you know, the person is going to be smuggled out. Our understanding is that, whereas there are situations of human trafficking, human trafficking, for instance, is a situation that I've described in the south of Libya where people are often handed over by the smugglers themselves who then, you know, become human traffickers to criminal gangs and groups and then they are kept for ransom, for sexual exploitation and other human rights abuses. The problem with the EU at first in the first proposals that we had seen was that there was the blurring between the idea of smuggling and the trafficking. Our understanding is that whereas the smugglers are reckless in the ways in which they expose the migrants and refugees to death because they overburden the boats, which in some cases are actually also small fishing boats with too many people, which then leads to incidents at sea, you know, that obviously is a crime which needs to be fought, but this is not human trafficking. Now, the EU mission, from what we understand, it has, you know, three phases. We've entered now the second phase, which is still in international waters. It hasn't come to Libyan waters. Our position is that, you know, for the third sort of phase of the mission, you would have to have a UN Security Council resolution, which would mean that the government, which is recognized by the international community based in Tobruk, would have to agree to that. We're still a long way away from it, but our position is that this would expose civilians at risk, first of all, if there were any military operations, and second of all, this would also potentially take away to the people that are stranded because they do not have any documents and they do not have any visas to go to neighboring countries, take away possibly the only means of them leaving from Libya by sort of preventing them from getting on those boats. So this sort of overemphasis on what's going on in the Mediterranean as opposed to what is happening actually in Libya is very detrimental, I feel. Ich mache keine Schlussworte, das geht immer schief. Ich wollte mal ganz kurz was zu der Gaddafi-Frage sagen. Okay, ganz kurz. Wissen wir nicht genau, was ich so höre und was man vielleicht interpretieren kann von 2011, war die Angst, dass wenn diese Armee, die Gaddafi dann zusammengestellt hatte in Westlibyen, die auf dem Marsch nach Benghazi unterwegs war, vier Wochen nach Beginn des Aufstandes, dass dann in dem Fall, dass diese Armee in Benghazi einmarschiert wäre, am 17. März, dass es dann einen riesen Flüchtlingstreck an die ägyptische Grenze gegeben hätte und dass man auf jeden Fall die Zerstörung von Benghazi verhindern wollte. Das war glaube ich die Überlegung, warum man dann gesagt hat, jetzt greift man an und hat dann eben diese einmalige UN-Resolution erreicht, in der alle zugestimmt haben, die Bürger Bengasis eigentlich zu schützen. Ja, jetzt liegt Bengasi im Übrigen Schutt und Asche und im Prinzip zumindest die Innenstadt. Zumindest, ja, hat man letztendlich das nicht verhindert, was man, wofür man damals angetreten ist. Auch da wieder diese spontane Entscheidung von Sarkozy loszuschlagen, ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien, vielleicht wird man Dokumente finden, die irgendwas anderes sagen, aber natürlich sind die Verwicklungen europäischer Staatsmänner, Berlusconi, Sarkozy, mit dem Gaddafi-Regime offensichtlich waren verkehrt und wir haben uns in feuchten Kehricht darum gekümmert, wie die Menschenrechtssituation war, wie die Lage für die Migranten damals war und tja, so können wir nicht weitermachen. Gut, so können wir nicht weitermachen, nehme ich jetzt doch als Schlusswort, wir haben gesehen, so eine Katastrophe hat eine lange, lange, lange Vorbereitung, sie setzt sich aus verschiedensten Faktoren zusammen, hier wurde immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven dafür plädiert, guckt euch die Sache, die Lage differenziert an, die Konzentration auf die Schmuggler, auf auf die Schmuggler greift zu kurz, die Konzentration auf das Mittelmeer als einziger Ort des Sterbens greift zu kurz, wir müssen mehr über Fluchtursachen reden, wir müssen bessere Länderanalysen haben und dazu muss sowohl, denke ich, müssen sowohl die Medien den Blick wieder auf die Fluchtursachen richten, müssen das tun, was auch Amnesty gemacht hat, nämlich Leute zu Wort kommen lassen, deren Perspektive, auch deren politische Perspektive in Interviews abfragen und ihnen eine Plattform geben, ganz herzlichen Dank dafür an Magda und an Mirko und natürlich auch an Sie, Sie haben lange durchgehalten, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und haben Sie noch einen schönen Abend.